Ich habe ein Paket bekommen und zwar von Gen X Beauty, der neuen Make-up-Marke von Marvin. Und so viel sei vorweggenommen, noch gibt es keine Base-Produkte, deswegen... Das sieht doch cute aus, oder? Als erstes haben wir ein Pinsel-Set. Und hier drin befinden sich sechs Pinsel plus natürlich diese Glittery Pink Bag. Und Highlight der ersten Actually Gorgeous Collection ist selbstverständlich die Lidschatten-Palette. Huch, oh Gott. Und das hier sind die neuen Farbtöne. Ich möchte eine neutrale Seite mit Soft-Touch, Bougie, Gigi und Moonlight. Und einmal richtig auf die Fresse mit In-Your-Face, Süße-Maus, Good Night, Wet Dream und Fairy Tail. Drei Paar Lashes, let's see. No fucking joke, Marvin, you outdid yourself. Magnificent Lashes, Fabulous Lashes und unten die Stunning Lashes. Genau so und nicht anders wird es gemacht. Chapeau. Reichgase. Aufmerksam.